Diese Grätsche hat mich völlig aus der Fassung gemacht. Ich dachte nur, was zur Hölle? Ich war so wütend und ich, ich hab diese Wut gebraucht. Im Fernsehen hat jeder gesehen, dass ich da ein paar Dinge gesagt habe. Ich war so wütend, dass ich zu ihr hin bin und was gesagt habe. Dann hat sie was gesagt und dann hab ich sie geschubst. Das Spiel wird immer hitziger. Julie Earths sagte zu mir, Lindsay, du machst jetzt einfach ein Tor und fertig. Und ich, geht klar. Melo mit der Flanke, das 1 zu 1. Es war Lindsay Horan. Im nächsten Moment ist der Ball im Netz und ich renne schreiend zur Seitenlinie. Als der Ball drin war, hätte ich sie küssen können. auch gehen. Im Fernsehen.